Rauf und runter. Rauf und runter. Rauf und runter. Seit über 100 Jahren sag ich schon, man spricht deshalb vom schnellen Geld, weil es schnell wieder weg ist. Dabei kann man in aller Ruhe ein Vermögen machen. Mit Bundeswertpapieren. Und mal ganz unter uns. Wer keinen Stress hat, der lebt auch länger. Bundeswertpapiere. Sicher. Flexibel. Fair. Bundeswertpapiere. Die entspannendste Geldanlage Deutschlands.